rein aufpassen hallo freunde willkommen auf meinem kanal und willkommen zu einer neuen folge von blummswelt ich möchte zu allererst mal was organisatorisch das gewinnspiel ist nur jetzt vier wochen her und ich habe aber bei zwei von drei leuten immer noch keine nachricht bekommen wäre schön wenn sich der maurice und der bär noch mal melden könnten bei mir wie ich das schon beschrieben hatte in der auslosung der herr sommer hat sich gemeldet aber das ist bis jetzt der einzige wäre ja sonst scheude drum wenn wir gewinnspiel machen und es mit zuckt sich dann gerne was liegt heute an ich habe es vorige woche leider nicht geschafft euch das video fertig machen zu können das was ich jetzt hier vorführen werde ich hatte diese woche jetzt beruflich ziemlich viel in die ohren und habe es einfach nicht geschafft das video noch mal zu schneiden deswegen habe ich das heute gemacht das ist von folge woche und wir ziehen jetzt mutterboden auf bei diesem schönen terrasengrundstück und zwar auf dem unteren plateau auf der büschung und auf dem den weg stellen wir nachher so wir machen ja keine keine große kunst mit klatschmieren und so weil der kollege will dort noch grasssalm einrechnen und alles deswegen machen wir da noch keine ganz große planie weil das eh noch mal umgebettelt wird oder beziehungsweise mit dem reichen noch bearbeitet wird so und jetzt wünsche ich euch viel spaß ich habe aktuell ein bisschen die männergrippe auch so jetzt wünsche ich euch viel spaß mit dem mutterboden aufziehen lasst gerne mal ein abo da und einen daumen da würde ich mich freuen es fehlen übrigens nur noch drei abonnenten bis wir die tausend voll haben das wäre auch mal schöner meilenstein so und jetzt wirklich viel spaß beim video wohl an so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.